Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Parallel Worlds. Wir haben in der letzten Folge rausgefunden, dass es noch einen Schlüssel hier gibt, den wir später hinaus brauchen werden. Und aus diesem Grunde werden wir jetzt... Das klingt ja gut an. So, aus diesem Grunde werden wir jetzt gucken, dass wir möglichst geschwind und angenehm hier durchkommen. So, rutsch mal runter, Kumpel. Rutsch mal runter. Oh, das war klar, dass der mich noch erwischen musste. Und der zieht ein ganzes Herz ab. Oh, Mann. So, dich lasse ich jetzt einfach mal hier liegen. Und an euch renne ich mal vorbei. So, und du. Guck mal her, mein Süßer. Ha, er hat ein Herz für uns. Oh, das ist toll. So. Uh, so, Lehm. Hier der Weg. Ja, du kommst erstmal hier oben in die Ecke. Und dann schnell hier wieder raus. Ähm. Geh mal auf Seite, Kumpel. So. Ähm. Oh, 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 oh. Ich bin nicht da. So. Sieht der uns? Sieht der uns? Nein, er sieht uns nicht. Ach, herrlich, herrlich. So, das läuft doch. Und jetzt sind wir in meinem Lieblingsraum. Ach je. Die Fliesen des Grauens. Ah, die hat uns erwischt. Ja. So. Du. Und. Du. Ah, ich. Jesus Maria. Oh Gott, ist das ein Scheiß. Oh, das war knappikowski. So. Anderthalb Herzen noch. Das ist ein Scheißdreck ist das. So, jetzt schnell hier auf Seite. Komm mal her, du. Kuckuck. Kuckuck. So. Mh. Der hätte mir doch wie so ein Herz da lassen können. Wieso habe ich... Oh. Können wir hier vorbei. Und so vorbei. Juhu. Wir haben den großen Schlüssel erhalten. Dies ist der Hauptschlüssel des Dungeons. Also er kann viel mehr Türen öffnen als die kleinen. Ja. Und jetzt muss ich nur gucken, dass wir hier irgendwie wieder sicher rauskommen. So. Herrlich, herrlich. So, okay. Das sieht doch gut aus. Dich nehmen wir mal mit. Und... Ich will ein Herz haben. So ein Scheiß. So. Dich nehme ich auch mal mit. Vielleicht haben wir ja Glück und... Ach nee, da kommen wir nicht durch. Okay, vergiss mal den Spaß. Oh Gott. Hui. Oh Leute, das war Knabikowski gerade eben. Habt ihr das gesehen? So. Du komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber. Ganz hier rüber. Ganz hier rüber. So. Und jetzt schnell vorbei. Du vorbei. An dir vorbei. Und schnell hier durch. Und hier wieder nach oben. Oh Leute, es sieht gut aus für uns. Es sieht äußerst... Oh oh. Ähm. Nein. 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 Nicht. Nein. Scheiße. 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 So ein Rotzer, ein verdammter Mistrotzer hätten es was geschafft gehabt. Mensch, es gibt ja noch mal, das gibt es doch nicht. Ach. Mann. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. Huuu. Aber ich hab euch ja versprochen. Ich benutze den Safestate, den wir da gerade hatten. Nicht noch mal, sondern... Wir starten noch mal ganz am Anfang. Jippie. Geil. Oh Mann, das wurmt mich jetzt. Nur weil ich in dem einen ollen Raum mit diesem ollen Kacheln zweimal erwischt worden bin und mich dann der Scheißdrecksack da unten geholt hat. Oh, das ist ein Scheiß, ist das? So. Mann. Ich könnte mich jetzt gerade ein klitzekleines bisschen aufregen. Ich glaub, man merkt's. So. Aber aufregen bringt ja nichts. Komm mal her, mein Süßer. Oh, 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 das war nicht gut. Das war nicht gut. Komm mal her, ich hab doch ein Geschenk für dich. Guck mal. Magst du Krug kaufen? Nö. Scheiße. So. Boah. Boah. Leck. Das war jetzt ein Rotz, war das. Ein elendiger. Oh, der hat mich ja gar nicht... Ich hab ihn doch erwischt. So, an dir muss ich jetzt geschwind vorbei. So, hier auf. Und da unten war dann der Spaß mit den Zweien da. Das könnte äußerst interessant werden. Ähm. Schlüssel. Schlüssel die und Schlüssel da. Ach, Herzilein. So. Schlüssel. Dankeschön. So, wir haben zwei Schlüssel und können jetzt weitermachen. Oh, ey. Ist das ein Rotz. Ein verdammter. So ein Dreck. Ich denke, man merkt, ich reg mich hier gerade ein kleines Bisschen auf. Aber nur ein ganz kleines Bisschen. Es könnte ja schlimmer sein. Wir waren einen Raum, bevor es nach oben ging. Dort, wo unser Kumpel, unser Opa oder was auch immer du warst. Ach. Das ärgert mich. Das ärgert mich so richtig. Leute. Ja, komm. Verschwind mal wieder. Ja. Genau dahin. Schon wieder kein Herz. Ich brauche doch noch mindestens ein Herz, Mann. So. Hier durch. Dann hier durch. Und das alles nur wegen dem scheiß Kachelraum, eh. Was ist das denn? Ha. Herz. So. Jetzt bin ich zufrieden. Ach, Leute. So. Jetzt geschwind hier nach unten durch. Dann kommen meine... Na, der Raum geht eigentlich noch. Oh. Oh. Ähm. Ich glaube, den Raum mache ich nochmal. Da habe ich wenigstens den Vorteil, dass hier nochmal der Krug steht. Weil anders ist der Raum so nicht zu machen. Oh, das war die Aktion. So. Das hat geklappt. Oh, oh. Oh, oh. Der erwischt uns jetzt einmal. Wex. Oh, Gott. Oh. Yay, yay, yay. Oh, oh, oh. Das war knapp. Okay. Jetzt sind wir wieder da, wo wir das letzte Mal waren. Mit ähnlich wenig Energie. Ach, ist das geil. So. Oh, ich habe so keinen Bock auf den Scheiß hier jetzt. Oh, oh. Nein, ich bin nicht da. So. Probieren wir es nochmal. Ähm. Die... Ist der weg? Oh, oh. Ich bin weg. Ganz weg. Weg vom Fenster. Auf Nimmerwiedersehen vom Fenster und so. Ähm. Okay. Ist schön, wenn die Typen nicht merken, dass... Moment. Du musst hier runter. Du musst hier runter. Oh, man. Gott, bin ich schlecht. Bin ich so schlecht. Das gibt es nicht. Ja. Spielstandladen. Das war jetzt schon fast peinlich, war das. Ähm. Mach mal Platz hier, Kumpel. Huh. Das war eng. Hm. Nee. Leute. Mann. Das ist... Das darf doch nicht sein. Wir waren einen Raum, bevor wir... Na gut. Ähm. Zwei Räume, bevor wir das Schwert gekriegt hätten. Und es wäre nur noch ein Raum gewesen, in dem irgendetwas hätte passieren können. Und dann passiert so ein Scheiß. Mann. Ich könnte mich so aufregen, ey. Ich könnte mich so was von aufregen. Aber... Es bringt ja nichts. Wir müssen ja irgendwie hier durch. So. Die Tür ist schon mal offen. Oh. Shit. Den habe ich nicht erwischt. Den habe ich nicht erwischt. Aber vielleicht erwische ich jetzt dich. Komm mal her, du. Immer noch keine Herzen. Ich wollte doch nur ein paar Herzen haben. So. Türe auf. Ach je. Man merkt aber, dass die letzte Session schon ein bisschen länger her ist. So. Ah. Ja. Ja. Das war natürlich ungeil. Das war natürlich ungeil. Ach Gott. So. Open State. Jawohl. Load State. Yes. X. X. So. Oh mein Gott. Ja. Jetzt lasse ich mich schon beim Dänen hier treffen. Ey. Das gibt es nicht. Da ist man einmal so knapp dran, was zu schaffen. Und dann immer, wenn man das erste Mal hat und danach geht, gar nichts mehr. Das ist jedes Mal genau dasselbe. Jedes Mal. Und ich könnte mich jetzt gerade schon wieder aufregen. Aber mache ich ja natürlich nicht. Naja. Gut. Okay. In gewisser Art und Weise mache ich es doch. Weil es halt einfach nicht so läuft, wie es laufen müsste. Schon wieder nur Rubine. Oh. Ey. Komm mal. Her, du. Ja. Ein Herz. So. Da haben wir ja ein halbes Herz mehr als vorhin. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal richtig was. So. Ich will eigentlich in dieser Session kommen. Ja. Äh. Und da latsch ich nicht. Ja. Komm. Töte mich. Töte mich, du. Bah. Toll. Kann es sein, dass ich jetzt jedes Mal. Oh. Nicht speichern. Nicht speichern. Das wäre uncool. Okay. Du. Load State. Jawohl. Und wieder zurück. Kann es sein, dass ich jetzt gerade jedes Mal immer früher. verrecke. Kann das sein? So. Ganz nebenher. Ich habe eben gedacht, der kommt wieder runter. Das ist aber immer so. Man kommt einmal so richtig lecker schön weit. Und wenn man dann das Ganze einfach nochmal wiederholen soll. Nööö. Warum sollte das auch funktionieren? Um Gottes Willen. Nööö. Es könnte ja sein, dass man im Spiel vorankommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach. Tja, ich bin gerade etwas säuerlich, falls man es nicht merkt. So. Schon wieder in der Rubine. Ich brauche Herzen, Mann. So. Ach, ja. Irgendwie ist der Part hier oben der Schwier... Also, bis wir da unten sind... Oh, 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 oh. Das war Knappikowski gerade eben. So. Du nochmal hier rein. So, und jetzt probieren wir es nochmal. So, und entweder das geht jetzt gut... Oder... Komm mal her, du... Juhu! So hatte ich mir das in der Art vorgestellt. So. So, da gibt es aber auch gar nichts mehr. So, jetzt müssen wir es nur noch gut zurückschaffen. Aber das sollte jetzt machbar sein vorerst. Wir sind... Oh! Wieso steht der Typ da? So. Latsch mal auf Seite. Komm, hau mal ab, du. Oh, oh. Oh, ja, toll. Dankeschön. Oh, scheiß Dreck, ey. Da hast du aber auch... Da hast du keine Chance mehr, wenn die da stehen. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich denn reinlatschen sollen? Oh, toll. Naja. Ja, das ist ein Rage LP. Das ist heute ein klassisches Rage LP. Ist mir aber auch egal. Ich mach hier jetzt, ähm, ganz einen auf gemütlich. So. Da oben sieht er mich nicht. Ja, du bist so blöd. Du bist so... Du bist so blöd. Und du gibst mir sogar noch ein Herz. Oh, ist das lieb von dir. So. Nächste Runde. Hier raus, hier rein. Und hier durch. Einmal und zweimal. So. Ähm. Oh, das war der da. Gucken wir mal. Du gehst doch... Ne, dann machen wir es halt so. Wupp. Komm doch mal raus, damit ich auch was krieg, falls du... Da fliegt ein, ähm, ein... Krug an seinem Kopf direkt vorbei. Und der merkt nichts davon. Finde ich auch toll. Komm mal her, du. So. Immer schön aufräumen. Ist... So. Du schon mal nicht. Und... Die schulde ich mir jetzt. Jawohl. Oh, das ging aber... Warum mache ich das eigentlich? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Diesmal sieht es aber doch etwas besser aus als letztes Mal. Hu. Ha. Hey. Ich ärgere mich aber immer noch, dass ich... Dass ich vorhin in so einem... Pieps-einfachen Raum mit dem... Hier in diesem Raum mit dem Schlüssel in meiner Hand gestorben bin. Und zwar so richtig gestorben. Mit... Pauken und Trompeten gestorben, meine ich. So. Komm mal runter. Komm mal runter. Komm mal runter. Ach. Der erwischt mich aber jedes Mal irgendwie. Ich weiß nicht. Ich muss ihn, glaube ich, in der Bewegung noch erwischen. So. Ich verstecke mich mal gerade hier oben. Vielleicht hat ja einer von denen hier noch ein... Ein Herz dabei. Aber... Das war abzusehen. So. Du gehst jetzt mal hierher. Vielleicht hast du ja noch ein Herz für mich. Komm doch mal. Komm doch mal hier, du. Komm, du oller Sack. Mann, ey. Es schafft dich schon mal. Nee, hat er natürlich nicht. Mann. Was ein elendiger Rotz hier. So. Du hier oben in die Ecke, wenn es geht. Und jetzt hier runter, bevor er anfängt, sein Dingelsbummens da zu machen. So. Jetzt geschwind hier durch. Ähm. Nö. Toll. Danke. Ich bin wieder mal äußerst clever, merke ich gerade. Clever und smart. Jawohl. Genau der bin ich. So. An dir muss ich nämlich direkt vorbei. Und dann muss ich an euch dreien hier nochmal irgendwie vorbei. Gerade eben habe ich gedacht, mein letztes Stündlein. Oh, oh. Oh, oh. Das ist auch nicht gut. Das ist gar nicht gut. Au. Ey. Jetzt. Jetzt lass mich doch mal hier raus. Mann. Scheiße. Scheiße. Oh, Leute. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wenn die mich hier jetzt... Schön in Bewegung bleiben. Das war jetzt so. Das war jetzt so was von klar. Das musste passieren. Oh, links. Leute, Leute, Leute. Oh, so. Wir haben es gepackt. Irgendwie. Wir piepen wie blöd, aber wir haben es zumindest mal so weit gepackt. So. Komm mal her, du. Ich will ein Herz von dir, wenn es geht. Ja, komm. Ja, da bin ich. Da bin ich. Der schmeißt vorbei. Scheiße. Scheiße. Ich stelle mich so dämlich an. Ich stelle mich so seltenst dämlich an. Ach, je. Okay. Wir haben eh nur noch eine gute Minute übrig. Dann würde ich nämlich sagen, wir probieren es in der nächsten Folge nochmal. War jetzt mal eine hübsche, tolle Failerei. Es hat so toll geklappt und dann sowas. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.